Im Ringamt hier in Lundberg als Mitglieder der Sportkammer, Herr Rebert Schneider. Und ich darf Ihnen die Kämpfer vorstellen, Halbwältergewicht, 64 Kilo Klasse. In der roten Ecke für den NSV, Alexander Wapfenski. Und in der blauen Ecke für den VBC, Eugen Buhrhardt. Und in der roten Ecke für den NSV, Eugen Buhrhardt. Eugen Buhrhardt! Eugen Buhrhardt! Ja, boy! Los Angeles, ja, tsch! Hoi, re! Hoi, re! Hoi, re! Hoi, re! Hoi, re! Hoi, re! Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN